Mercruiser 360 ist erhältlich bei Doppelmotorisierung mit Z-Antrieb, Benzin oder Diesel, sowie bei Cummins Dieselmotoren mit Zeus-Antrieb. Mercury Mercruiser macht das Fahren und Manövrieren einfacher und sicherer für alle Bootsfahrer. Untertitelung des ZDF, 2020 Vollbesetzte Häfen und enge Boxen erfordern mehr Konzentration und Können. Mercruiser hat in Verbindung mit namhaften Bootsherstellern das Mercruiser 360 Kontrollsystem Axios entwickelt, welches stressfreies Manövrieren und Anlegen auf engstem Raum ermöglicht. Musik Beide Systeme kommen ohne Buch- und Heckstrahlruder aus und erlauben ihnen Manöver durchzuführen, die sie bisher nicht für möglich hielten. Musik Schauen wir uns das Mercruiser Axios System genauer an. Musik Der Vesselview Bordcomputer liefert ihnen alle Motordaten auf seinem LCD-Farbbildschirm. Musik Axios wurde entwickelt für Boote mit Doppelmotorisierung. Es beinhaltet die Funktionen für einfaches Anlegen und erweiterte Fahrfunktionen. Musik Manöver wie 180 Grad oder 360 Grad Drehung erledigen sie mit zwei Fingern. Musik Sie sind nun in der Lage, ihr Boot zielgenau zu bewegen, auch seitwärts nach Backbord oder Steuerbord. Musik Musik Dabb Mai D creo D D Exeos ermöglicht die Sie bewegen lediglich den ergonomischen Joystick Und das Exeos-System berechnet aus ihrer Vorgabe automatisch den benötigten Gang, die Gasmenge und den Lenkwinkel Exeos ist jedoch mehr als Joystick Control Die erweiterten Fahrfunktionen beinhalten eine automatische Kurzführung In Verbindung mit einer Wegpunktnavigation auch einen vollständigen Autopilot Egal ob Könner oder Anfänger, Bootfahren wird mit Exeos genial einfach Ebenso komfortabel ist die Skyhook-Funktion Ein elektronischer Anker, der ihr Boot unabhängig von Wind und Strömung punktgenau auf dem Fleck hält Mer Cruiser 360 ist erhältlich bei Doppelmotorisierung mit Z-Antrieb, Benzin oder Diesel Sowie bei Cummins Dieselmotoren mit Zeus-Antrieb Willkommen zu einer neuen Ära des Bootfahrens Willkommen zu Mer Cruiser 360 Control Systems Exklusiv erhältlich bei Booten mit Mer Cruiser und Cummins-Motoren Fragen Sie Ihren Mer Cruiser-Händler, wo Sie eine Exeos-Probefahrt machen können Lassen Sie mich Ihnen etwas aufregend Neues von Mer Cruiser präsentieren Das Mer Cruiser C-Core-System Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lehnen Sie sich zurück Wir zeigen Ihnen, welche Komponenten das C-Core-System ausmachen und welche Vorteile Sie dadurch genießen Dieses aufgeschnittene Show-Modell verdeutlicht, welche Verbesserungen zum Korrosionsschutz getroffen wurden Salzwasser kann sein Tribut von marinen Antriebssystemen fordern Darum bietet das C-Core-System von Mer Cruiser mehr als nur verbesserten Korrosionsschutz Es ist korrosionsresistent, soweit dies für marine Antriebssysteme nur möglich ist Das Herz der korrosionsresistenten Stärke des C-Core-Systems ist die Hartschicht-Eloxierung der Legierung des Antriebes Dieser Prozess verändert die molekulare Struktur der XK360-Aluminiumlegierung und schafft dadurch einen Schutzschild gegen die verheerenden Auswirkungen galvanischer Korrosion Wenn aber der Antrieb einen Kratzer abbekommt, dann verlangsamt die Eloxierung das zerstörerische Fortschreiten der Korrosion durch die Antriebsoberfläche Die Hartschicht-Eloxierung ist auch abriebfester als gehärteter Einsatzstahl Das C-Core-System sorgt für den Korrosionsschutz des Motors auch durch weitere Systemkomponenten wie die Zweikreiskühlung und ein Edelstahlpaket Die C-Core-Korrosionsschutzeigenschaften sind Industrielle Hartschicht-Eloxierung der XK360-Aluminiumlegierung Mercatode aktiver Korrosionsschutz C-Core-Edelstahlpaket Geschlossenes Kühlsystem Dry-Joint-Auspuffsystem EDP-beschichtete oder Edelstahl-Auspuffkrümmer Frischwasser-Spülanschluss EDP-beschichtete oder Edelstahl-Auspuffsystem Mercruiser C-Core